so leute was geht hier ist euer fluo mc jt am start gomma hat was neues gepostet gomma sucht wieder unbedingt ein pr-team für die öffentlichkeitsarbeit sogar medienkanäle für gomma server ja ich zeig euch natürlich alles was ihr braucht dafür so ihr braucht erst mal dein profil du bist in der lage eigenständig und zielführend an projekten zu arbeiten bist kommunaktiv und in der lage ein team zu arbeiten du bist bereit regelmäßig zeit in das projekt gomma hd.net zu stecken du besitzt der benötige fähigkeit im bereich publish relaunch darunter zählt videoschnitt und bildbearbeitung braucht ihr so jetzt braucht ihr welche fähigkeiten braucht ihr für diesen rang und für die bewerbung unfallreiche kenntnisse über videoschnitt und oder bildarbeit verständnis für das auftreten in der öffentlichkeit ausarbeit ausarbeiten von inhaltlichen ideen für pr und gute kenntnisse über zokalmedien und trends so jetzt schreibt können wir noch etwas was wir dir bieten die möglichkeit deine eigenen ideen einzubringen umsetzen und so bei tausenden spielern für unterhaltung zu sorgen ein mentor die sich am anfang an die hand nimmt und in unsere vorgänge einarbeitet ein zu zukunftsorientiertes team viel möglichkeiten und die kreativ auszuleben den roten content rank auf unsere netflix nach der testphase so jetzt sind noch die so läuft deine bewährung ab werbung über diesen formular wichtig erstelle bitte ein bewährungsprojekt dies kann ein video zb ein trailer über ein update oder ein release oder ein bild zb über einen update oder ein release sein zweiten einhalten einladung zu deiner bewährungsgespräche die einladung und terminabschwemmung erfolgt per e mail oder discord das bewährungsgespräch über den koma ht.net teamspeaker das heißt ihr braucht noch teamspeaker drittes die über überzeugungsbewerbungsgespräch startet eine testphase in der direkt an inhalten für das netzwerk mitarbeitet wird so das ist erstmal das grobe jetzt gehen wir mal kurz mal rüber so mal gucken klappt das oder stimmt es wieder so das ist erstmal das so hier ist das beispiel so ein bild müsst ihr schaffen und so beispiel für ein video das ist beispiel zu einem video das zeige ich nicht so aber so was müsst ihr auch beispiel ein video haben ja dann muss ich erst mal zu euch einloggen und dann könnt ihr direkt die bewährung abschockt und dann gleich aber da das ein glück aktivieren und dann machen wir das nächste mal und dann machen wir das nächste mal